Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Spieltag Nummer 1 der ersten Fußball-Bundesliga steht an. Eigentlich habe ich beschlossen oder gesagt vor ein paar Monaten, ich werde nicht immer alle Spiele machen, werde ich wahrscheinlich auch nicht. Also stellt euch nicht darauf ein, dass jetzt 34 Spieltage alle neuen Spiele jeweils immer gemacht werden. Jetzt habe ich die Zeit, jetzt hatte ich auch gerade die Lust und zum Auftakt will ich auch mal alle Spiele einfach mal durchspielen. Naja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Reinschalten. Noch eine kurze Zwischenfrage, bevor es losgeht. Findet ihr es nicht eigentlich auch ein bisschen komisch, dass Gladbach erst Montagabend noch im Pokal spielt, dann Freitagabend das Auftaktspiel hat? Oder bin ich da nur sensibel? Ich finde das irgendwie ein bisschen strange. Naja, ansonsten, vielen Dank fürs Reinschalten. Verletzungen, Transfers kann ich jetzt aktuell oder versuche ich immer mit einzubinden, aber kann natürlich immer was anderes passieren. Deswegen, wenn hier mal jemand spielt, der eigentlich nicht mehr bei der Mannschaft ist oder der verletzt ist oder sonst was, dann ist das halt so. Nehmt mir das nicht übel. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Reinschalten. Zum dritten Mal wahrscheinlich. Und los geht es. Borussia Mönchengladbach hatte sich am Montagabend noch jüngst gegen den 1. FC Kaiserslautern in der 1. Pokalrunde durchgesetzt. Die Bayern, sie müssen noch etwas warten. Und jetzt starten sie in die Pflichtspielsaison mit dem Gastspiel eben im Borussia-Park. Und hier tun sich die Münchner extrem schwer in den letzten Jahren. Ging aber gut los für die Gäste. Die erste Möglichkeit nach einer Viertelstunde. Robert Lewandowski macht er da weiter, wo er aufgehört hatte in der letzten Saison. Erstmal noch nicht. Kurz ausgeführte Ecke. Gnabry zieht in den Strafraum ein. Und Leroy Sané fackelt nicht lange rum. 1-0 für die Gäste. Verdient zu dem Zeitpunkt Sané, der sich jetzt in dieser Saison tatsächlich beweisen muss. Unter Neutrainer Nagelsmann. Doch Borussia Mönchengladbach, auch Neutrainer Adi Hütter, hatte sich hier schnell gefangen. Christoph Kramer mit dem Ausgleich. 32. Spielminute. Es war ein spektakuläres Auftaktspiel. Neuer kommt raus, wird getunnelt. Und so der Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel. Dann nochmal Gladbach. Plea bringt den Ball rein. Und Thüram nutzt den Fehler von Goretzka aus. Spiel gedreht. Noch im ersten Durchgang. Goretzka kriegt den Ball da nicht geklärt. Und Thüram nutzt das eiskalt aus. 2-1 für Borussia Mönchengladbach zur Pause. Obwohl es für die Bayern so gut angefangen hatte. Zweiter Durchgang. Die Bayern dominanter. Sie wollten hier definitiv nicht verlieren. Zumindest ein Punkt sollte drin sein. Und sie schraubten dran. Müller, Goretzka. Aber wo ist die Lücke? Gladbach steht sehr gut, sehr kompakt. Sané mit dem Doppelpackversuch scheitert hier aber am Gladbacher Verteidigerbein. Nur noch 10 Minuten zu spielen. Die Zeit, sie wurde nun enger. Müller macht es richtig, richtig gut. Aber zwischen den Pfosten der Fohlenelf von Jan Sommer wird es nochmal besser gemacht. Streckt sich da und fischt ihn raus. Richtig gute Tat von Jan Sommer. Borussia Mönchengladbach wagte sich selten nach vorne im zweiten Durchgang. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Florian Neuhaus mit der Entscheidung 3-1. Dreht sich da um Ypamecano herum. Und lässt Manuel Neuer keine Chance. Was für ein Auftakt in diese Bundesliga-Saison. Gladbach gewinnt mit 3-1. Und die Probleme aus der Vorbereitung, die hat der FC Bayern hier bestätigt. Am ersten Spieltag starten sie auf jeden Fall mit einer Enttäuschung. Bielefeld startet in die zweite Bundesliga-Saison in Folge. Das war schon herausragend, wie mit Frank Kramer der Klassenerhalt geschafft werden konnte. Aber der SC Freiburg, er bestätigt seit Jahren, was für gute Arbeit im Breisgau geleistet wird. Und so auch hier 20. Minute. Erster Abschluss von Günther Apralla. Der landet bei Jong 1-0. Für die Gäste bedeutete gleichermaßen auch den Halbzeitstand. Die erste Hälfte war nicht sonderlich spektakulär. Bielefeld aber fand dann rein im zweiten Durchgang mit Brunner. Der im Strafraum ist, zurücklegt zu Lasme. Der hatte ja getroffen im Pokal. Okugawa! Starke Parade von Marc Flecken. 69 Minuten hier gespielt. Die Arminen, sie wurden aber stärker. Und verdienten sich eigentlich so langsam den Ausgleich. Nur wenig später. Nilsson, Lasme. Lienhard dazwischen. Und jetzt Schlotterbeck. Querschläger. Da lauert Masaya Okugawa. Und der verdiente Ausgleich. 20 Minuten circa vor dem Ende. Offenbarte eine offene und unklare Ausgangssituation für den Schluss. Aber die Freiburger, sie hatten nicht mehr den Lucky Punch. Das ist Demirovic nochmal. Ortega Moreno mit einer klasse Einlage. Fischt den Ball raus. Und so bleibt es beim 1 zu 1. Der Auftakt, der wohl für beide okay sein dürfte. Der VfB Stuttgart hat sich im Pokal ganz leicht getan. Nach anfänglichen Schwierigkeiten. Aber fuhren sie nur so über ihren Gegner hinweg. Reuter Fürth hingegen verlor bei Babelsberg. Ausgeschieden im Elfmeterschießen gegen den Regionalligisten. Und das war nicht wirklich die perfekte Ausgangslage für Gräuter Fürth. Um in die Bundesligasaison zu starten. In die zweite der Vereinsgeschichte. Und der VfB Stuttgart zeigte auch, dass sie hier der Favorit waren. Sascha Burchardt wird früh gefordert. Und muss dann den Ball auch stark halten. Knappe halbe Stunde gespielt. Von den Gästen bis dato noch nichts zu sehen. Der VfB Stuttgart sehr dominant. Das konnte einem schon gefallen. Klimowitz. Und Massimo. Bisschen zu überhastet dieser Kopfball. Nach 33 Minuten Roberto Massimo. Über die rechte Seite in der Startelf aufgeboten. Sorgten an und für sich durchaus für Gefahr. Die Stuttgarter aber. Es wurde doch zu selten noch zwingend. Und Gräuter Fürth. Ja, jetzt hatten sie mal ein bisschen nach vorne was zu tun. Hirgota, Tillmann. Und wie aus dem Nichts. Das 1 zu 0. Dixon Abiyama. 50. Spielminute. Mit der rechten Innenseite streichelt er den Ball hinein ins Tor. Und bringt Fürth in Führung. Es hätte auch noch übler werden können. 55. Minute fast der Doppelschlag. Kirgota aus Spitzenwinkel und Neukieper Florian Müller. Der ärgert sich da zurecht. Bekommt jetzt auf einmal viel mehr zu tun als im ersten Durchgang. Weil viel weniger auch nicht möglich war. Aber weil die Kleeblätter das auch gut machten. Und der VfB Stuttgart wurde nach vorne zusehends nervös. Und der VfB Stuttgart wurde nach vorne zusehends nervös. Borna Sosa. Eigentlich für die präzisen Flanken bekannt. Hier geht er nochmal den umständlichen Weg über. Klemend. Der Lupfer zu Algadui. Der stand dann aber im Abseits. Das heißt, dieser schicke Seitfallzieher hätte auch nicht getroffen. Gezählt, wenn er den Kasten getroffen hätte. Es blieb. Aber beim 0 zu 1. Der VfB Stuttgart startet mit einer Niederlage. Das Fehlen von Karlajcic. Etwas zu auffällig. Und Greuther Fürth entführt drei Punkte. Duell zweier VfL-Klubs. Der VfL Wolfsburg gegen den VfL Bochum. Grün gegen Blau. Wolfsburg mit dieser peinlichen Wechsel. Arie gegen Preußen Münster. Musste jetzt wirklich einiges wieder gut machen. Marc von Bommel jetzt schon stark angekratzt. Es sah aber gut aus gegen den Aufsteiger Xaver Schlager mit dem 1 zu 0. Nach etwa 20 Minuten. Der VfL Bochum tat sich extrem schwer. Und Wolfsburg hatte Lust am Offensivspiel. Wechhorst mit der Vorlage zu Maximilian Philipp. Der markiert das 2 zu 0. Setzt sich dadurch im Zweikampf und schiebt den Ball dann ein. Bochum musste aufpassen, hier nicht komplett auseinanderzubrechen. Das war ein starker Offensivauftritt. Der Wölfe. Philipp mit der Flanke. Kopfball, Schlager. 3 zu 0. 40. Minute. Doppelpack. Xaver Schlager. Was der da in Mittelstürmerposition verloren hat, weiß man gar nicht so recht. Aber nach defensiven Aufgaben lächzte er eigentlich nur. Sie kamen nur zu selten. Bis dann mal kurz vor der Pause. Simon Zoller, wie aus dem Nicht-Zustug. Ein tolles Tor. Starker Lupfer in die Spitze von Anthony Lucia. Dann eine starke Direktabnahme. 3 zu 1. Ergebniskosmetik. Oder ging dann vielleicht doch noch mehr? Der VfL Wolfsburg konnte sich tatsächlich wieder fangen. Es kam von Bochum zusehend. Selten was nach vorne. Wechhorst mit dem 4 zu 1. 48. Minute. Dann war auch alles geklärt. Aber Wolfsburg drückte dann auch ein bisschen auf die Bremse. Bochum fiel nichts mehr ein. Und so blieb es beim 4 zu 1. Ein guter Auftakt für Wolfsburg. Wichtig für Marc van Bommel. Bochum startet mit einer Klatsche. Der erste FC Union Berlin ist unglaublich heimstark. Und nun Bayer 04 Leverkusen zu Gast. Die müssen auf Bellarabi verzichten. Aber trotzdem diese offensive Power. Sie existiert durchaus bei Bayer 04. Die Eisernen haben aber zwischen den Pfosten Andreas Lute. Der in der letzten Saison wirklich von Spiel zu Spiel noch mal stärker wurde. Und hier zeichnet er sich aus. Ansonsten war der erste Durchgang geprägt von Abtasten. Und keiner Mannschaft, die so richtig ins Risiko gehen wollte. Deswegen springen wir in den zweiten Durchgang. Leverkusen schon die bessere Mannschaft. Eckball, Amiri per Kopf. Naja. Ist eben nicht der Kopfball-Spezialist. Setzt sich hier trotzdem durch. Setzt den dann aber knapp vorbei. Union Berlin enttäuschte ein wenig. Bayer Leverkusen hatte alles im Griff. Und kam wieder nach vorne. Amiri. Dem hierbei legt noch mal zu Amiri. Schick nicht im Abseits. 1 zu 0 für die Gäste. 67. Spielminute. Da können sie sich im 16er den Ball hin und her schieben. Und das wird eiskalt bestraft. Und damit auch das Endergebnis festgehalten von Schick. 1 zu 0 für Leverkusen. Augsburg und Hoffenheim taten sich beide im Pokal sehr schwer. Haben dann ihre Pflichtaufgaben. Aber dennoch erfüllt Hoffenheim hier in den rosanen Trikots. Mit dem ersten Vorstoß. Dritte Minute. Christoph Baumgartner. Fahrlässig von den Fuggerstättern verteidigt. Das darf überhaupt nicht passieren. Und dann nicht am ersten Spieltag in der dritten Minute. Schlechter kann es eigentlich gar nicht losgehen. Letzte Saison hatte man sich am 33. Spieltag gerettet. Geht jetzt schon der gleiche Schmuh von vorne los. Das musste man sich als Augsburger zumindest mal als realistisches Szenario vor Augen führen. Denn in der neunten Minute hieß es bereits 0 zu 2. Jakob Brünn lassen markiert den doppelten Führungstreffer. Und so blieb es auch bis zur Pause. Ein miserabler Auftakt für den FC Augsburg. Zweiter Durchgang. Hoffenheim ließ noch nicht locker. Sebastian Rudi zu Kramaric. 0-3. Der Deckel auf dieser Partie. In der 55. Spielminute der FC Augsburg wirklich in ganz, ganz schwachem Zustand. Nach einer Stunde meldeten sie sich dann vorne mal endlich zu Wort. Niklas Dorsch. Neuzugang zumindest mal ein bisschen was. 62. Minute. Oliver Baumann aber kann das souverän lösen. Wäre wahrscheinlich sogar vorbeigegangen. Dieser Ball. Ganz vorbei war es aber noch nicht. Weil Hoffenheim noch Lust hatte nach vorne zu agieren. Mit Sebastian Rudi über Andrei Kramaric. Der sieht nochmal Christoph Baumgartner. 0 zu 4. 79. Minute. Und Feierabend. Schlechter hätte es für Augsburg nicht losgehen können. Eine Heimpleite mit 0 zu 4. Hoffenheim hingegen konnte überzeugen. Topspiel am Samstagabend zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Die Schwarz-Gelben mit einem souveränen 3 zu 0 bei Wien-Wiesbaden im Pokal. Frankfurt verabschiedete sich in Runde 1 gegen Waldhof Mannheim. Dortmund war es vor allem auch ein schlechtes Spiel. Dortmund dementsprechend hier der Favorit in dieser Partie. 9. Minute. Daniel Marlin aus Spitzenwinkel bekommt dann auch den ersten Abschluss zustande. Kevin Trapp, der beste Mann gegen Waldhof Mannheim, kann hier auch parieren. Dortmund aber mit einem sehr guten und forschen Auftritt. Jude Bellingham, Haaland. Und es wird Stück für Stück gefährlicher. Wieder Marlin, aber dann der Fuß von Ewan Dicker dazwischen. Von Frankfurt kam nach vorne erschreckend wenig. Das schloss eher an die Leistung gegen Mannheim an. Stattdessen Dortmund mit viel Freude am Offensivspiel. Marlin zu Dahoud. Und das verdiente und überfällige 1 zu 0 für den BVB. Da ist Kevin Trapp dann auch machtlos. Mit 1 zu 0 ging es dann in die Pause. Aber was auch immer Oliver Glasner seiner Mannschaft mit auf den Weg gab, es war wohl das genau Richtige. Das Spiel wendete sich. Younes legt quer Kamada. 1 zu 1 Ausgleich. 60. Minute, woher auch immer. Das jetzt kam Frankfurt mit einem ganz anderen Auftritt und auch souveräner und breitbrüstiger. Und nichtsdestotrotz langte es nicht zu mehr. Der zweite Durchgang eher enttäuschend. Dortmund kam nicht mehr nach vorne. Das 1 zu 1 ist okay. Sonntagnachmittag der 1. FSV Mainz 05 trifft auf RB Leipzig. Die Leipziger in Milka Lila oder Violett, wenn sie so mögen, begann gut. André Silva, Kampel. Und da hieß es das erste Mal durchatmen für den 1. FSV. 16 Meter Torentfernung. Da fehlte nun wirklich nicht viel. Doch dann kam plötzlich auch Mainz mal nach vorne. Nach einer guten Viertelstunde. Adam Scholloi. Boetius sieht nochmal Adam Scholloi. Und er macht das 1 zu 0. Die erste Offensivaktion gleich mit erfolgreichem Abschluss. Vor der Pause kam dann aber nochmal Leipzig. Nach einer Standesituation. Zentner boxt den Ball da quer durch den 16er. André Silva nutzt das aus. 1 zu 1, 45. Minute. Sieht Zentner hier nicht gut aus. Bei diesem Kopfball ebenfalls nicht. Behindert sich da so ein bisschen mit dem Spieler, der da auf der Linie steht. Also schlechter hätte es nicht in die Pause gehen können. 1 zu 1. Ergebnis egalisiert. Verdient war das selbstverständlich. Und Leipzig war die spielbestimmende Mannschaft. Tyler Adams. André Silva. Guter Pass zu Amadou Haidara. Spiel gedreht nach 60 Minuten. 2 zu 1. Diesmal Zentner machtlos. So langsam kam Leipzig ins Rollen. Und vor allem auch André Silva. Doppelpack jetzt schon beim neuen Klub. 3 zu 1. Die Vorentscheidung in diesem Duell. Mainz konnte zwar nochmal ein bisschen was nach vorne machen, aber Leipzig nutzte das für Umschaltsituationen. Forsberg. Haidara. Auch der mit einem Doppelpack. 4 zu 1. 79. Minute. Auch das Endergebnis in diesem Atemzug genannt. Mainz verliert. Startete okay rein. Aber Leipzig war am Ende dann doch zu übermächtig. Der 1. FC Köln und Hertha BSC beenden den ersten Spieltag der neuen Saison. Hertha in den blauen Trikots. Von rechts nach links. Köln erstmal in der Defensive gefordert. Man konnte sich erst in der Relegation retten. Und eine neue Spielzeit sich erkämpfen. Selke mit Werder Bremen abgestiegen. Das überhaupt brachte ihn erst dazu, jetzt bei Hertha zu spielen. Und schoss prompt mal gegen den SV Meppen das entscheidende Tor für den Einzug in die zweite Runde. Hertha die bessere Mannschaft. Die reifere Mannschaft. Prinz zu Selke. Sehr spitzer Winkel. Horn mit der Parade. Und dann wird der Ball zum Eckball geklärt. Guter Auftritt der Gäste. Die Geistböcke hingegen fanden hier überhaupt noch nicht rein. Timo Horn aber war hellwach. Vor dem Seitenwechsel dann aber auch mal der 1. FC Köln. Skiri mit einem starken Pass zu Ihisi. Boe, Marc Uth, Sittilmann. Abschluss von Skiri. Da musste sich dann auch mal Alexander Schwolo auszeichnen. Und das macht er hier richtig gut. Gut kommt auch auf den Mann der Ball. Trotzdem den zur Ecke zu klären. Souverän. Ging mit dem 0 zu 0 in die Pause. Köln kurz vor dem Seitenwechsel. Bisschen besser trotzdem unter dem Strich. Aber die Hertha schon die bessere Mannschaft. Und so auch im zweiten Durchgang. Santiago Azcaciba wird da nicht angegriffen. Dann sieht er Davy Selke. Der dreht sich da um den Gegner rum. Als wäre es nichts. Raphael Cichos sieht da ganz alt aus. Und das wird mit dem 0 zu 1 bestraft. Selke mit dem Führungstreffer. Und der hielt lange. Sehr lange. Wir sind in der 90. Minute. Thielmann. Uth. Und Schwolo mit der Parade. Aber wir werden es auch gleich ganz deutlich sehen. Eigentlich auch in der Realschwindigkeit schon zu sehen. Abseitsposition. Der Treffer hätte sowieso nicht gezählt. Aber das war nochmal ein Vorstoß. Er reichte aber natürlich nicht aus, um einen Punkt mitzunehmen. Köln startet mit einer 0 zu 1 Pleite. Die Hertha hingegen mit drei Punkten in dieser Saison. Und dürfte damit mehr als zufrieden sein. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten macht auch einen Daumen runter, wenn ihr es scheiße fandet. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und Adios. Bis zum nächsten Mal.